Auf unseren schönen Abend. Auf uns alle. Auf uns. Cool. Dieser Glücksterror. Mein Gott, warum muss man denn immer glücklich sein? Warum kann man nicht einfach nur mal existieren? Es geht um Initiativen. Mal was Neues ausprobieren. Es gibt Paare, die schauen sich Filme an, um in Stimmung zu kommen. Pornofilme? Man hat es mit Disneyfilmen versucht, aber die wirken noch mit dir. Du hast gerade viermal das gleiche gesagt. Ja, Armin ist ein ganz anderes Kaliber. Oh, du sagst mal, hältst du ein Wasserbett das überhaupt aus? Ich meine, wenn ihr da so... Wenn wir Löcher reingeliebt haben, gebe ich Bescheid. Sie ist die idealistische und du bist der Macher. Warum verdient deine Frau eigentlich mit? Rein! Raus! Rein! Himmel! Rein! Geht's mir! Ich danke, Doreen. Ich weiß, was die da tun. Ich zum Beispiel habe mich dabei ertappt, wie ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, eine Zeit lang nach Indien zu gehen. Hast du nie solche Gedanken? Indisch essen gehen würde mir schon reichen. Und du glaubst wirklich, du hast eine Midlife-Crisis? Demens, bitte, wenn du das sagst, klingt das wie Gürtelrosse und Lippenherdmes. Ja, verdammt! Es ist, als würde es permanent in mir brodeln, als ginge es um eine einzige, alles entscheidende Frage. Aber ich weiß einfach nicht welche. Da gibt es auch eine Geierart in den Anden. Sie fliegt dann immer gegen Felsrände. Ob das mit uns was hätte werden können? Ich meine, so allgemein. Glaube ich nicht. Versuch's doch mal. Ich habe gespannt. Untertitelung des ZDF, 2020